Labyrinth ist für mich eine große Familie geworden und ist für mich Licht, Liebe und Reichtigkeit. Es ist etwas ganz Besonderes, etwas Hochschwingendes, etwas, das einen wieder zu sich selbst bringt, in die Mittel bringt. Es ist wie eine Art Meditation, wie eine Lichtdusche. Das ist auch das Schöne an Labyrinth, es sprüht nichts weg, sondern es erhält einfach das Bewusstsein und gibt uns eine Idee davon, warum ein Symptom kommt, was es uns mitteilen möchte und was wir tun können, damit es sich wieder auflösen kann. Das ist einfach die höchste Schwingung und das ist auch Bewusstseinsschwingungsenergie für mich. Je höher die Energie, desto gesünder und glücklich bin ich auch. Großartig, wahnsinnig inspirierend. Also für mich war es wieder mal ein unglaublich grandioses Lovey Lights Event. Es ist jetzt das erste Lichter der neuen Zeit Event, wo ich hier bin. Ich bin selber schon zwei Jahre dabei und muss sagen, dass die Energie hier einfach unglaublich ist. Michael Heidegger, Thomas Wasek, unglaublich tolle Leute. Wenn wir uns verändern wollen, wenn wir wirklich unsere Großartigkeit, wie ich immer sage, zum Ausdruck bringen möchten, dann müssen wir unser Bewusstsein erweitern. Wir haben hier die Möglichkeit, nicht nur die Frequenz hochzubringen, sondern auch die Fülle zu leben und zu teilen. Herzensmenschen, super Speakers, mega Organisation. Und ich glaube, die, die da waren, die haben wirklich auch gespürt, dass es einfach jetzt die Zeit ist, zusammenzukommen und noch etwas Großes zu bewirken. Innere Schönheit kommt wirklich von innen, wenn wir uns wertschätzen. Es bringt nichts, wenn man wirklich dieses perfekte Auftritt, aber wenn man von innen diese Schönheit nicht liebt, die Liebe nicht spürt. Was verändert sich in der Welt? Alles, aber hauptsächlich wir. Investieren tun wir jetzt schon. Wir investieren unsere Zeit in andere Menschen und die Zeit in unsere eigenen. Ihr investiert in euch. Und das ist, wie gesagt, heute Morgen auch schon mehrfach gesagt, das ist die beste Investition, die du dir geben kannst. Investiere dich in dich selber. Das ist, weil es noch so wenige kennen. Neue Klärmödenmarken. Nee, ist es nicht. Dann sagst du, ah, Energiesprüche, also das. Und dann hast du schon Gelegenheitsfenster. Ich wusste, ich brauche noch mehr, noch mehr Menschen, noch mehr Menschen hinter mir, noch mehr Menschen vor mir, damit meine Vision endlich erreicht wird. Mehr Menschen zu helfen, Millionen von Menschen. Mit jedem Sprühen, mit jedem 3.i bin ich viel mehr Ich geworden. Wenn wir sprühen, dann gehen wir in eine höhere Frequenz. Wir haben immer die Wahl für alles. Wir haben immer die Wahl, mit unserem Herz zu gehen. Drei Sekunden, die Energie steigt, die Aura, wer fällt, weitet sich aus. Es finanziert sich alles in euch aus. Es kommt eine Harmonie rein. Aber in der Schnelligkeit, wie das aufgetaucht ist, war ich sogar selber überfordert. Wow. Das wird so eine richtige Verwurzelung, wie ein Lebensbaum. Lass uns richtig tiefe Wurzeln steigen in die Erde und uns verbinden mit den goldenen Adern und füllen Wohlstand von unter Erde. Und dafür wird dieser Mann gleich sorgen, das Tibor Jakobowitsch. Herzlich willkommen! Jeder kann total viel mitnehmen und wir können positiv nach außen gehen und wir sehen, was so eine große Gemeinschaft alles imstande ist, zu schaffen und das auch weitergeben kann. Und das mit ganz viel Herz und Energie. Ihr seht die Serge Menga Foundation und LaVila als Lichter der Neuen Zeit. Unterstützung für unsere sozialen Projekte, die jede Spender zählt. Denn mein Warum ist das Geld der Welt in die richtigen Hände kommt, das Kapital der Welt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr verdient alle 100.000 Euro im Monat. Ja, da kann man nur was spenden, da kann man nur was geben. Ja, da kann man nur was geben.